Na, weißt du, ich geh am Anfang Gas wie Sau und dann, naja, lass es so stark noch, ne? Da sind wir von denen. Ich tue nicht mehr auf die Seite. Ach, siehst du, ihr seht nicht mehr nix, ey. Oh Gott, warte. Ich, ähm, da sind wir von denen da. Ich lehne die da jetzt einmal aus der Hand. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Äh, du hast doch total in, in, guck mal, was ein toller Fisch. Guck mal, was ein toller, ich leh's, warte, ich leh's mal jetzt so auf die Hand und dann mach ich's immer auf die Seite. Ich, libell, dat, kannst du gar nicht, dat kann man überhaupt nicht kommentieren, jetzt mal ohne Witz jetzt, ne? Guckt euch die Sache an, da, da, guckt euch das da mal an. Oh Gott im Himmel. Melli, ich weiß überhaupt nicht, was ich da dazu noch sagen soll, ne? Ich weiß überhaupt nicht, was ich da dazu noch sagen soll. Ich muss mir die Sache nachher in aller Ruhe, also nachher wahrscheinlich eher nicht, aber meine, weil nachher, äh, leh ich, mit Anlauf im Bett, weil ich so fertig bin. Ach, Freue kann eine wahnsinnig anstrengen, ne? Guckt mal, kleine Mini-Einhörnchen. Guck mal, wie putzig. Guckt mal da. Zahnräder. Sogar mit Farb. Warte mal, ich leh den mal so da hin. Guckt mal, Chanel Nummer 5. Äh, soll ich auch mal Ding zu dem, zu dem Chanel Nummer 5 erzählen, ne? Kennt jemand Chanel Nummer 5? Ich denke schon, ne? Wahrscheinlich, eventuell sogar vom Geruch her. Ne? Ähm, das hat mein Stiefvater meiner Mutter vor Weihnachten geschenkt. Ich war doch noch ein bisschen jünger, also im Alter vom Holli, ne? Und, ähm, ich fand, dass das Parfüm stinkt wie die Sau, ne? Ja, und wenn ich dann auf der Toilette war, hatte ich das dann als, äh, als Geruch fand ich das benutzt. Wie geil, oder? Ähm, gut, meine Mutter fand das nicht so toll. Ich schon. Ich wusste ja auch nicht, wie der der Zeich ist, ne? Ich fand, was so stinkt, war bestimmt eine Deier. Scheißegal, kann man gut als Deo benutzen, also als, äh, wie gesagt, als Geruch fand ich das benutzen. Ja, gut, Haut würde ich das nicht mehr machen, ne? Oder doch? Ja, ich habe jetzt auch nicht mehr daran Geruch, ich weiß auch nicht mehr, wie es riecht so, ne? Jetzt, jetzt als Erwachsene, weiß ich jetzt nicht mehr, ne? Aber, damals fand ich es widerlich und, ich musste es einfach als Farnattespray benutzen. Tut mal leid. Das war nicht dann kein Weihnachtsgeschenk, Migret. Also, das nächste Jahr halt, ne? Wenn ich so böse war. Ah, jo, mein Gott, da hätte ich gesehen, wie es kostet. Oh, aus dem Selbststand hätte ich es wahrscheinlich benutzt. Liebenswürdig, wie ich halt eben so bin, ne? Guckt euch das da jetzt mal alles an. Das ist doch nicht zum Aushallen. Oh mein Gott, das ist so toll. Das ist so schön. Das ist so wahnsinnig toll. So, guck mal, das ist sogar Katz. Guck mal. Das Katz ist das. Das Katz und das Lebel. Oh, guckt mal. Seht ihr das, wie schön der ist? Seht mal, da. Wow. Oh, Mann. Und, da kann doch nur, na, na, wer ist das? Ist das Alice? Das Alice? Oh, ich liebe dich zum Mond und zurück. Oh, wie schön. Guck mal, wie toll. Oh, danke schön. Guck mal, da ist das Alice hier noch. Das Alice. Guck mal, der Kardemann. Ist das der Kardemann? Ich kenne mich schon nicht so aus. Weil in den Filmen wird man an sich immer so viel gesungen. Das endliche Film, wo ich so wahnsinnig schön finde, ist Vajana. Vajana. So. Genug gesungen. Lest ihr das? Seht ihr, was da drauf steht? Es ist leider nicht so geworden, wie ich es vorhatte. Bin ich ganz zufrieden. Bin aber eigentlich, bin ich aber eigentlich nie. Es kommt trotzdem von Herzen und meine Tochter fand es schön. Dann gucke ich mal. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Ich bin so überwältigt, ohne Witz. Warte, ich bin noch nicht so weit. Kann ich jetzt auch alles raus im Karton? Ich habe noch mal die Sache. Warte, ich gucke mal kurz. Bevor ich hier. Ja, ich habe nämlich alles rausgeheult und habe dann die andere Sache noch mal hingelegt. Und die Sache, die ich noch nicht ausgepackt habe, noch mal zu rufen. Ja, das war halt natürlich dann. Guckt mal. Gott. Gott, im Himmel, guckt mal. Ich muss mich mal stellen. Moment. So kann das mal anklingen. Mein Gott. Oh, mein Gott, wie schön. Guckt mal. Guck mal, die Katze da unten. Ist die nicht so putzig? Oh, wie schön. Guck mal, da ist auch noch mal mein Chanel Parfüm. Als ob du das gewusst hast, ha? Oh, wie schön. Guck mal, Gott, tschüss. Gott, tschüss. Guckt mal, da oben ist ein kleines Grönschen drauf. Der helle Wahnsinn. Der helle Wahnsinn. Wahnsinn, wie schön. Wow. Ohne Witz jetzt, ne? Mir fehlen echt die Worte, ne? Und ich bedanke mich wirklich von ganzem, wahnsinnig, von ganzem Herzen, ne? Ich kann es mit Worten überhaupt gar nicht ausdrücken, wie wahnsinnig ich mich über jedes einzelne Teil von dir hier gefreut habe, freue und überhaupt guckt euch da jetzt mal an. Jetzt überhaupt, guck mal, und dann frage ich mich, warum du keine Videos mehr machst, ne? Echt, guck mal, was tolle Sachen du machst. Wow. Ich bin total, äh, gerührt und sprachlos, eigentlich. Und, ähm, der helle Wahnsinn. Guck mal da. Die Details, guck mal unten, wie der da, der da sieht so toll aus, wenn ihr das in Natura sehen könntet, ne? Guck mal. Guck mal da oben. Da steht ein kleines, guck mal. Das ist ein kleiner Kaktus. Nee. Wow. Oh mein Gott. Dankeschön, Millie. Und dir wünsche ich, dass alles gut wird, dass es keine Komplikationen gibt und dass alles so wird, wie du dir das wünschst. Du weißt, es gibt Leute, die haben immer Pech und es gibt Leute, die haben das einfach verdient, dass es dir auch mal gut geht, ne? Und dass sie auch mal Glück haben, ne? Und du bist so ein Mensch, der mich dort von ganzem Herz gönne, wenn es dir auch mal gut geht. So, ich mache jetzt Feierabend hier und ich bedanke mich so herzlich und bedanke mich bei euch für das Zuschauen. Habt gute Zeit. Guckt, dass ihr gesund und munter bleibet. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.